Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr seht, heute kocht Arita wieder. Ich war nämlich im Supermarkt beim Edeka und dachte, ich gucke nicht richtig. Da habe ich diese Pizzen gefunden von Klaas Häufer Umlauf. Bekannt von Late Night Berlin oder Jogging Klaas. Und der hat hier mit seinen Kumpels Schmitti und Jakob zusammen Podcast gemacht. Nennt sich Baywatch und die haben eine Pizza rausgebracht, Leute. Eine Pizza. Musste ich gleich mit mir. Musste ich testen. Ist natürlich ein Influencer-Produkt. Lustig, dass man überhaupt gar nicht erkennt, wie die Pizza aussieht. Normalerweise ist ein Bild drauf. Hier nicht. Hier hast du einen QR-Code, wofür der auch immer ist. Ich weiß es nicht. Ja, es gab einmal die Sorte Million Dollar Salami mit Mozzarella, Granda Padano und Trüffelöl. Trüffelöl, da bin ich gespannt. Ich habe ja Trüffel so aus einer Praline noch nie gegessen. Und einmal Golden Margarita mit Mozzarella, halbgetrockneten und marinierten Cherrytomaten. Jo, da lassen wir uns nicht mehr überraschen, wie die schmecken. 5,99 habe ich bezahlt. Ist jetzt nicht die günstigste Tiefkühlpizza. Aber wir schauen mal. Ich schaue mal auf die Kalorien und ich mich hier reinziehe jetzt gleich. Ich mache natürlich erst mal nur eine Pizza, weil ich kann nicht zwei Pizzen essen an einem Tag. Könnte ich bestimmt. Will ich aber nicht. Wir haben für die gesamte Pizza... Ach, E-Mini. Huuu, alter, hol mal rein. Das ist bestimmt mehr als eine normale Stani-Pizza. 1285 Kalorien. Ich glaube, ich habe es... ne? Uiuiuiui. Ich lasse mir das jetzt mal durch und dann steht da bestimmt drin. Wenn sie da nicht essen, fallen die tot um. Diese Baywatch Billion Million Dollar Salami Pizza ist ein Produkt aus herrlichsten Zutaten. Und so klingt es auch. Die Salami ist von Klassehelfer Umlauf handgepflückt. Den Trüffel hat Jakob Lund selber erschnüffelt. Und Schmitti hat extra 14 Leben erspielt, um den Käse selber zu jagen. Ah, ist das süß. Die Baywatch Berlin Pizza ist der erste Diamant zum Essen. Nur nicht in Tart, sondern in Knusprig und Lecker. Wäre auch besser. Habe gerade ein paar Zahnprobleme. Steht hier das gleiche drauf? Wir schauen mal. Nein, steht es nicht. Okay, also Klasse hat die Tomaten am goldenen Strand gesammelt. Der Käse wurde von Jakob in einem Lastwagen nach Berlin transportiert. Und Schmitti hat den Teig stundenlang bei italienischer Musik geworfen und gerollt und geknetet. Und das ist natürlich wieder der Humor von Klaas. Wer Klaas nicht kennt, hat die Welt verpennt. So, das war es jetzt zum Text zu der Unverpackung. Wie gesagt, es ist nicht so schön, dass man es nicht erkennen kann. Einfach besser, dass ich habe die Pizza ausgepackt. Sie sieht geil aus. Was nehmen wir jetzt zuerst? Salami? Mozzarella? Salami? Mozzarella? Mozzarella! Ich werde jetzt nochmal gucken, wie ich es überhaupt zubereite. Ich brauche nur 9-10 Minuten. Da könntest du mir doch noch das Video von Klaas, Schmitti und Jakob auf der Weinmesse angucken. Übelst lustig. Ich kann es nur jedem empfehlen. Den Backofen muss ich vorheizen. Ich heiße ihn vor. 180 Grad noch. Die Pizza bei Zimmertemperatur auftauen lassen. Also ich kann ja schon mal spoilern. Das ist die Salami-Pizza. Mit Salami und Gran Parano drauf. Und die machen wir jetzt so. So, ich zeige sie euch jetzt mal hier. Ich lasse die Folie dran, sonst fällt alles runter. Und die lassen wir jetzt mal 15 Minuten bei Zimmertemperatur auftauen. So Leute, 15 Minuten sind um. Ich habe übrigens gerade noch mal gehugelt nach Dr. Edgar Pizko. Die normale Dr. Edgar Pizza hat 845 Kalorien. Hat aber dafür auch nur 355 Gramm. Hier haben wir 500 Gramm. Das heißt, das ist glaube ich ausdrücklich. Und dieser QR-Code ist übrigens, habe ich gerade mal geguckt. Da kannst du dir noch hier die drei von Baywatch Berlin anhören. Wir haben jetzt unsere Pizza hier. Dann werden wir die Folie entfernen. Ich zeige euch das mal hier hinten. Als ob man nicht hieß, kann man die Folie entfernen. Der Teig ist schön weich. Der Mozzarella ist gut verteilt. Die Soße ist fragwürdig verteilt. Wie ihr seht, befindet sie sich auf der Pizza. Aber grundsätzlich haben sie hier... Da hat die Maschine wohl ein bisschen geschnudert. Der Käse ist super belegt. Also deswegen hat die wahrscheinlich auch so viele Kalorien. Weil da so viel Käse drauf ist. Jetzt nicht mehr ganz so viel, wie eigentlich vorgesehen. Aber ein bisschen Pesto dazwischen. Und ein paar Tomatchen. Die ja offensichtlich halb getrocknet und mariniert sind. Und los geht's! Mittlere Schiene drin ist er. Und jetzt glaube ich 9 bis 11 Minuten. Und Leute, ich esse ja keine Pizza. Einfach nur so. Ich brauche immer noch was extra dazu. Ohne Rucola schmeckt's halt nicht, ne? Also den ganzen Beutel haue ich mir dann irgendwo noch drauf. Nein, Spaß. Nun heim. Aber das brauche ich. Zu einer Mozzarella-Pizza brauche ich Rucola unbedingt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal ausprobiert habt. Macht euch mal auf eine Mozzarella-Pizza-Rucola drauf. Eintrauch. Jetzt nehmen wir mal den Käse auf, der von runtergefallen ist. Weil ich nämlich schon zuweil mal reingetreten bin. Pling, katschig. So, seht ihr? Oh. Oh, sie schnuffelt gut. Sie riecht so lecker. Ich könnte jetzt richtig reinbeißen. Mir tut's aber nicht, weil der Käse schweineheiß ist. Und Leute, Pizza bricht man einfach nur. Also ihr sucht euch die schönste Seite aus, ist ja klar. Das ist ja bestimmt ein Zentimeter Käse. Es ist ja gewundert, warum die so viele Kalorien hat. Mhh. Leute, guckt euch das an. Das ist ja American-like. Auch wenn ich jetzt da vorne reinbeißen, ist das bestimmt richtig heiß. Ich prob über den Rand. Mhh. 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 Das ist richtig knusprig. Lecker, fluffig. Mhh. Fluffig vor allen Dingen. Marinierte, halb betrocknete Tomate? Wie heiß ist, hat sie es wirklich mariniert. Mhh. Klar, hast du was richtig Gutes gemacht. Ein bisschen was, damit du das Gefühl hast, dass es noch gesund ist. Jetzt guckt euch mal den Schmankel an. Da kannst du nicht rein sagen. Mhh. 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 Mhh.